Jojo, mohi Leute. Wir sind noch ein Tour. Kleiner Auftrag. Einen schittigen Radlader durchgefahren. Ne, den bringen wir jetzt weg zum kleinen Nebenauftrag. Das ist auch wieder Wurzeln. Wow. Damn, Alter. Sieh doch zu, dass du fährst. Jetzt am besten. Danke. Sehr schön. Ja. Mit solchen kleinen Verzügerungen muss man eben rechnen. Leider Gottes. Oh, Fahrbahnverengung. Sollten wir zusehen, dass wir rüberkommen. Können wir uns hier auch wieder eintüten. So. Ja. Was gibt es sonst Neues? Letztes Mal haben wir ein paar Aussichtspunkte abgeklappert. Heute fahren wir mal so einen kleinen Zwischenauftrag. Das ist auch eigentlich nichts Wildes. Für mich einfach nur, dass ich nicht unbedingt die ganze Zeit mit der Solo zur Maschine los muss. Ist ja auf die Dauer auch langweilig, ne? Auf die Dauer langweilig. Ja, wir bleiben links, ne? Das ist auch so ein riesen Autobahnkreuz hier. Finde ich crazy. Finde ich echt crazy gemacht. Soll ich einfach nur mal so oft ein Navi angucken. Ja. In der Ecke hier war ich noch gar nicht. Ah, hier betretet er mit mir absolutes Neuland. Okay. Jetzt sind wir da vorne. Ein bisschen rüber. Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Ein Kollege stehen geblieben. Wer weiß, was los war. Vielleicht ein Reifenplatzer. Vielleicht ein Reifenplatzer. Vielleicht ein Reifenplatzer. Vielleicht aber auch mehr. Wir werden das so schnell nicht erfahren. Ich bin immer noch zufrieden mit dem LKW. Ich schnurrt für ein Kätzchen. Ja. Macht seinen Job. Und ist natürlich ein Mod. Könnt ihr ganz normal im Workshop herunterladen bei Steam. Das ist ein Freightliner, äh Quatsch, den hätte ich gerne gehabt, aber ja, war leider nicht, der lief nicht, der Mod, das hier ist ein Kenwood, ein K100, gute Bewertung. Jürgen zieht einfach raus, und er bremst ihn richtig aus, habt ihr das gesehen? Unglaublich. Da sind immer solche Vögel, immer und immer wieder. Ja. 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 Ja, wir sterben, es geht weg auf. Ja, muss ein bisschen was tun. Rechts halten und dann rechts abbiegen Ja Ja, wir haben bestimmt noch was Nettes zu gucken Biege nach rechts ab Darum würden wir hier natürlich auch anhalten Die Ausfahrt war nicht Nicht für unsere LKWs gedacht hier Der Eismann ist da Ja, dann würde ich sagen Gönnen wir uns eine Runde Ja, ja, ich weiß Aber das ist mir jetzt sowas von egal Für euch ein paar Impressionen zum Anschauen Let's go Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, da sind wir wieder Ich hoffe, hat euch gefallen Und Dann sehen wir mal zu, dass wir hier rumkommen Tja Dann werden wir wohl den Eiswagen mitnehmen Von daher Wir haben jetzt die Vögel hier durchlassen Und dann werden wir hier das Ganze Auf unsere Art und Weise Regeln So Juhu Juhu Haben wir das auch erledigt Kleinen Aussichtspunkt eben mitgenommen Damit ihr ein bisschen was zu gucken habt Und jetzt fahren wir über die Brücke rüber Die ihr gerade gesehen habt Ups Immer wieder schön Ecken Die man sonst manchmal Eben nicht abfährt Und Lückenfrei aufspielen Wir haben uns mit uns Keiner Irgendetwas zu machen Und dann kann man sowas Nämlich schön mitnehmen Alle solche Solche Touren wie jetzt Und Das macht dann eben auch Spaß Rechts halten Dann auswärts Nehmen Nimm die Ausfahrt rechts Und Die ausfahrt rechts dann auswärts Die ausfahrt rechts Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich habe einen kleinen Kameraschwenk versucht. Bitte links halten. Oh, ist mal die Elke wieder vor... Oh, die weichen hier so komisch aus. Oh, habt ihr das gesehen? Wie crazy. Hey, die Witzker. Oh, da lag da was auf der Straße. Jetzt sind wir da jetzt durchgefahren. Oh, da切 weg. Oh, da lag da. Oh, da lag da lag. Oh, das ist los... Oh, da lag. Oh, da lag d poco. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da hat er sich verschluckt. Der Kleine. Zack. Jetzt sind wir denn auch da? Nee. Ja, Leute. Dann sage ich schönen Dank fürs zu gucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ihr kennt das Spielchen. Kommentar da lassen. Channel abonnieren. Alles was geht. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, haut da rein. Bleibt gesund. Ich freue mich.